Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir brauchen nur Schleswig. Ok. Ach gut, wir machen uns heute auf den Weg. Und ich wieder zusammen mit 10. Auf 10. Monde zu sammeln. Denn im letzten Part hatten wir einen Kampf. Mit Bowser. Bowser hat uns erwischt. Wir sind ja eigentlich auf dem Weg zum... In die City. Doch dann ist Bowser gekommen. Und hat uns... Einen Kampf beschert. Und nun... Da sind wir Käppi. Mit Gettysum. Mit Gettysum. Ich bin nicht gelungen. Jaa. Geht. Aber wie? Na weiß ich jetzt nicht wie. Und Käppi wurde im letzten Fall empfiehlt. Da sah es. Weil es nicht gesehen hat. Würde ich euch empfehlen. Komm her. und ich bin wieder mal da kommst du dann kapern wir mal weil ich in die kommentare geschrieben hab kapern wir mal wo geht es denn hier lang hier ist doch ein mond zumindest weiß ich das hier da ist er hier 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 Ich bin ja, du bist. Was ist das? Was ist denn hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich würde gerne nach oben. Warte kurz. So. Im letzten Bad hat er versucht, hier in Nudo zu kommen. Das hat allerdings nicht geklaut. Ich hoffe, meine dieser kleine nette Kern kann uns da helfen. Das sieht ganz danach aus. Ein schlechter Arme. Der ist. Der ist in der Kilo. Ich sehe nicht. Okay. Komm ich denn? Komm ich da mit einem Rundbräck? Ja. Oder nein, komm ich nicht. Aber hier. Nicht hier. Ach! Hier ist der Boden. Ja, kein... Wie kann man hier wohl? Wie kann man hier? Oh, shit. Hm. Wie kann man hier? Ja. Ah! Und hier stand ja ein Boden. Okay. Okay. Wie kann man hier sein? Mhm. Ja. Okay. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Ich bin wirklich. Aha. Ja. 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 Kommt die Plattform wieder? Ja, kommt sie. Hm? Hm? Ja? Ja? Und hier ist ein Mund. Oder vorher ist doch auch noch ein Mund. Ja, was soll ich jetzt so stehen? Warte, das will ich jetzt. Das will ich jetzt. Ach so. Oh, shit. Ah, war nur noch ein Mund. Oh, schön. Ah, war nur noch ein Mund. Ist alles nur eine Münze. Der Mond war... Ist geschenkt. Ist geschenkt man drauf, Kathy. Hallo? So, kriege ich den mit dem Kerl? Ja, ich probiere es nicht an. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein, du musst jetzt hier durch. Aber wie? Da muss ich hier durch. Das ist wenig. Ja. Ist ja schon dumm. Ja. Vielleicht... ...kommt schon jetzt... ...wenn ich ein paar Leben... ...opfer... ...aber hier müssen wir noch gucken, wer ist mit dem Nied... ...bei, irgendwie muss ich... ...irgendwann muss ich ja hier durch... ...und von dem her... ...äh...kommt... ...so waren wir in Stellung... ...und ja... ...ja man, thank you... ...zummen... 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 Okay. So, wir haben zwei, die Kopie. Alle, die Spray. Sie sind nicht. Alle, die Spray. Sie sind nicht. Nein. Ich werde es. Sie sind nicht. Okay. Juste un-easy. Here we go. Lock the rails. Do you know it's time to rise our sin? Ja, va. Ja, komm schon jetzt. Könnt denn den. Ah ja, den Molten. Ja, das war's okay jetzt noch einmal. Ne? 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 Ne, ich bin lä for jetzt? Wie ist diese? Was ist die? はい! Was ist das? Haben wir das? Sie sehen uns noch mal. Sie sehen uns schon mal. Ich hab den Mund da hab ich ja schon. Ich hab den Mund ja schon. Ach ich weiß, ich werde sterben. Ja? Ach, hier ist ein Mund. Ja, ja, ja. Sobten, sobten. Ah, red? Ja. Ich weiß, ich weiß. Oh, nein. Oh, nein. Oh, perlue, ich weiß. Oh, shit. Was war nicht um, hier? Oh. Was ist das? Oh, was ist das? Wie komm ich denn hier ran? Nein. Nein. Ich versuche mal zu... ...eins Körper entstammen. Hä? Hä? Juhu. Juhu. Okay. Juhu. Hä? Juhu. 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 Okay. 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 Wir kommen sicher an... Ja, wir sagen noch. Wir haben einen Steigen hier oben, so er es so. Ich bin schon wieder auf der Steine hier oben. Ich bin schon wieder auf der Steine hier oben. Was ist das? Ja. Aber wir sind hier oben. Ah ja. Oh, Schicht. Das heißt, ich werde dann hier oben stehen. Komm schon Mario, du schaffst das. Ich brauche ein bisschen wieder zu schaffen. Er muss nicht mit dem besten Mütten, aber ich würde es nicht so machen. Komm hier. So, ohne ist kein Scham. Und das war doof. Das war doof, aber. Ich sehe nichts. Jetzt nein, nein, nein. Ja, ist klar. Höchstens ein Leben. Alter, das schaffe ich doch nie. Warte, komm her. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja. Dann komm her. Jawoll. Was gibt's hier? Ein Mond. Okay. Ich habe einen Schwerpunkt. Ich habe einen Schwerpunkt. Oh, ich habe einen Schwerpunkt. Nein, ich habe einen Schwerpunkt. Es ist kein Hammer. Ja, ich kann einen. Wollt! Checkpoint! Ich bin umgegangen gekommen! Ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten hin nachzuzufügen. Dieses Fleckchen forderte mich gerade heraus. Ich fühle, dass Adenomin schon in meinem Adem kam. Okay. 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 Ich mach mich jetzt hier oben. Ich komm! Warte mal! Wir müssen zu dem Mund irgendwie, irgendwie. Hier weiß man nicht. Okay. Gibt ein Tod, ist verschwunden. Was kommt jetzt plötzlich? Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Enborn! oh Mal gucken. Also eigentlich haben wir ihn repariert. Das sehen wir nicht. Okay, gehen wir nach. Ist das auch in der City oder wo geht's hin? Unser nächstes Tier ist ja die Stadt. Die City auf jeden Fall. Wir sind immer mehr kaputt und kaputt. Zum Glück haben wir gerade genug Munde sammeln können, um die Odyssee reparieren zu können. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Also die Rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger vorankommst oder einfach einen Hang hinab schnellen möchtest. Das ist wichtig für die Stadt. Ich weiß ja, einige von euch haben die Stadt ja schon gespielt. Gut. 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 wie geht's. Gut. ...